yo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja leute dem heutigen wie du mich euch einen nice und kritisch zeigen wir in franklis haus kommen könnt dafür benötigt ihr einfach nur irgendeinen freund der sie in einem job befindet und dann würde ich sagen das auch schon direkt los starten wir begeben uns zunächst einmal zum franklis haus wenn ihr nicht wisst wo das ist einfach auf zu diesem ort auf der map begeben wo ich mich gerade hier befinde wir müssen jetzt einmal auf das dach auf könnt ihr auch mit dem k2 bike oder einfach hochklettern ist ganz egal und ja so ziemlich mittig vom dach wir holen uns zunächst eine waffe raus und ziemlich mittig vom dach wenn wir jetzt schießen werdet ihr sehen dass er so eine glasscheibe ist diese müssen wir einmal komplett durch schießen so wie es bei mir ist im video so dass die fläche komplett vollständig ist wir stellen uns jetzt einfach auf diese fläche drauf als nächstes registrieren wir uns dann einmal als co starten dann irgendeinen vip auftrag welche das ist ist völlig egal sobald der job gestartet ist suchen uns jetzt den freund raus der sind irgendeinem job befindet einfach beitreten sobald wir dort angekommen sind können wir den job auch direkt wieder verlassen und ja wenn wir jetzt draußen wieder angekommen sind werdet ihr sehen dass wir jetzt schon in franklins haus drin sind und ja hier könnt ihr immer ein bisschen rumstöbern ein bisschen rumschauen paar schöne bilder machen oder ja was auch ihr immer dort machen wollt und ja leute das war es auf jeden fall schon mit dem kleinen feinen video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein leichter lassen würde und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal